Hallo, ich bin Slotto und ich war auf einer katholischen Knabenschule. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben verliebt. Es ist ein wundervolles Gefühl und da wollte ich etwas darüber erzählen. Meine Freundin, sie hat total schöne Augen und sie hat einen total sportlichen Körper. Das mag ich. Aber das allerbeste an ihr ist, sie hat überhaupt gar keinen Penis. Das ist einfach so anders. Und deswegen ist sie etwas ganz Besonderes. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ein bisschen komisch und so, aber ich habe dann gemerkt, als ich auf ihr draufgelegen bin, mal, das fühlt sich einfach total gut an. Und so, als ob wir von Gott zusammengefügt worden wären. Ich meine, ich kenne das bis jetzt ja nur von der Dusche nach dem Fußballtraining oder damals im Knabenchor. Das hat sich alles so anders angefühlt. Aber mit ihr ist das einfach so perfekt. Weil das ist einfach nur schön. Ich hoffe, wir werden noch ganz lange zusammenbleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.